Im heutigen Video gibt es das nächste Update rund um die heftige Kritik gegenüber Annie the Duck. Diesmal ist nicht nur Mauki Thema, das Video hatte ich ja schon am Morgen für euch hochgeladen, nein, es hat sich jetzt eine Dynamik entwickelt, gerade auf Twitter geht es heiß her, denn auch ihre Ex-Freundin Reeft hat sich jetzt auf Twitch zu Annie geäußert und das nicht gerade wohlwollend und auch finde ich mit heftigen Aussagen, die wir hier gleich auch nochmal besprechen, ich zeige euch dort die Ausschnitte und ich muss auch sagen, dass mir so ein bisschen die Galle hochkam, nachdem ich auch bei Mauki diesen Ausschnitt gesehen habe auf Twitch, den werde ich für euch morgen hier auch nochmal hochladen und auch nochmal kommentieren und das Video, was ich morgen hochlade, ist auch eine kleine Spendenaktion, also das möchte ich hier auch nochmal klar benennen, denn das wird natürlich jetzt hier einige auch interessieren und Leute, die neu auf den Kanal kommen, morgen gibt es die kleine Spendenaktion, das Geld, was darüber generiert wird, was auch ein großer Ausschnitt ist von Mauki, das wird gespendet, also das Geld, was innerhalb von einem Monat dort generiert wird, wird dann gespendet, ich runde das auch gerne nochmal um ein paar Euro auf, das wird jetzt keine riesige Summe werden, weil ich mache jetzt hier keine Millionen Klicks, aber ich denke, das ist eine ganz gute und wichtige Sache, denn es geht um psychischen Missbrauch und da kann entweder Mauki gerne eine Organisation sich aussuchen oder wir suchen das jetzt hier in der Community aus, da könnt ihr auch gerne jetzt schon Vorschläge unten reinschreiben, wer sich um sowas kümmert und das möchte ich hier schon mal anteasern. Also es wird morgen eine Spendenaktion geben, da werde ich euch nochmal den Ausschnitt zeigen von Mauki, was sie genau gesagt hat und ich hatte ja das Statement auf Twitter schon besprochen heute Morgen und jetzt gibt es dieses Video hier und das hat es, wie gesagt, in sich, denn Reefd hat auch schwere Vorwürfe gegenüber ihrer Ex Annie rausgehauen und da geht es um eine toxische Beziehung, die absolut schrecklich sich angefühlt haben muss und irgendwie komplementiert sich mein negatives Bild bei Annie Sedak immer mehr, weil bei ihr hatte ich schon immer irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, manchmal hat man sowas, dass man einfach Leute überhaupt nicht mag und nicht verstehen kann, dass die so erfolgreich sind, sowohl auf Instagram als auch auf Twitch, Twitter und natürlich auch auf YouTube ist Annie in den letzten Jahren sehr erfolgreich, zur Stunde schaut sie sich gerade Garfield an, wo ich das Video für euch vorproduziere und postet noch schön Werbung und kriegt aber auf Twitter ordentlich was ab und da werden noch einige Postings von ihr ausgegraben, die damals schon mir sauer aufgestoßen sind und ich will jetzt nichts durcheinander bringen, aber ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen und zwar hat Ellotrix, meine ich mal in seinem Stream, auch über Annie gesprochen und ich will jetzt hier nichts durcheinander bringen, er kann mich gar nicht verbessern, aber ich meine, dass er dort gesagt hat, dass er mal ein Bild mit ihr haben wollte, weil sie in so einem Cosplay war und er war da auf einer Convention und sie hat dann abgelehnt und als sie rausgefunden hat, dass er ja sehr berühmt ist und viele Follower und im Hype, hat sie dann mit ihm ein Bild machen wollen und das komplementiert irgendwie alles, was sie so für mich darstellt, also die komischen Postings auf Twitter, diese komische Aktion mit Ellotrix, jetzt die toxische Beziehung gegenüber der Ex, also Reefd und auch in Sachen Freundschaft scheint sie ja wirklich auch so ein Muster zu haben und auch sich komplett daneben zu benehmen und Leute richtig auszusagen und ich glaube, viele von euch hatten auch schon mal so Freundschaften, die einen nicht gut getan haben oder vielleicht sogar Beziehungen und das tut mir unfassbar leid und da wird mir persönlich ganz, ganz übel. Ich möchte euch jetzt die Ausschnitte zeigen und auch nochmal danach einen Tweet hier vortragen, den Annie mal rausgehauen hat und es geht ja hier um schwerste Vorwürfe, auch von ihrer Ex Reefd und das ist schon echt krass und das finde ich auch wichtig und auch mutig, dass die Betroffenen sich jetzt dazu äußern und wie gesagt, morgen gibt es auch diese kleine Spendenaktion bei dem Video, was dann morgen als Update kommt. Ich könnte euch so viele einzelne Beispiele geben, aber es wird alles nicht genügen. Ich könnte euch tausend Beispiele geben, wo ich mich ungeliebt, einsam gefühlt habe, von Tag zu Tag wertloser gefühlt habe, aber es geht grundlegend um das Gefühl, das du hast, wenn du in einer Beziehung bist, die einem deine komplette Lebensenergie saugt, die einem die komplette Lebensfreude nimmt. In einer Beziehung zu sein, in der du dich in einem dauerhaften Angstzustand befindest und dich ausschließlich im Fight-or-Flight-Modus bewegst. Diese gesamte Beziehung war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens und das ist nicht, weil ich sonst in meinem Leben nur positiven Shit hatte und alles so geil war, sondern das war einfach eine extremst, extremst belastende Situation. Einfach diese unfassbare Diskrepanz dieser Person zeigt von der Person, die sie im Internet darstellt als dieser Gutmensch und dem, was sie als Privatperson ist. Und diese Sache macht mich so sauer, weil ich wurde selber an der Nase rumgeführt und es macht mich derart sauer. Diese Frau hasst ihre Fans. Das ist in der Branche, das wissen so viele Leute. Das ist so eine unausgesprochene Sache, die so viele Leute wissen. Das hat sie nicht nur zu mir gesagt, das hat sie zu so vielen weiteren Leuten gesagt auf irgendwelchen Messen, auf irgendwelchen Conventions und das nicht erst, weil, keine Ahnung, die Gamescom ist so stressig. Oh nein, ich habe keinen Bock, meine Fans zu sehen. Das nervt mich gerade alles. Das hat sie damals schon gesagt, als die Gamescom nicht mal Gamescom hielt, sondern, keine Ahnung, Roleplay, irgendwas. Hat sie schon gesagt, dass sie keinen Bock hat, jetzt zu ihren ekligen, witzigen Scheißfans zu gehen. Diese Diskrepanz ist für mich, eine Person, die sich online stark macht über Depressionen und wie wichtig es ist, über Depressionen aufzuklären, sagt zu mir, dass sie nicht glaubt, dass ich Depressionen hätte in der Zeit, in der ich in dem tiefsten Loch meines Lebens war und im Nachhinein eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen habe. Das ist alles so crazy. Es ist alles so crazy. Was täglich Thema war, war Bodyshaming. Ich hatte zu viel auf den Hüften und war nicht mehr attraktiv. Dann habe ich zu wenig auf den Hüften gehabt und sah fast aus wie Sophia Thiel und das fand sie nicht mehr attraktiv. Ich habe meinen Eyeliner falsch gemacht, mein Make-up würde falsch sein, ich würde meine Haare falsch stylen, Fischerhüte stehen mir nicht mehr, ich soll zum anderen Friseur gehen, all das, diese ganzen Kommentare, diese ganzen kleinen Sticheleien, diese, guck mal, die Person finde ich super attraktiv und es ist das komplette Gegenteil von mir. dieses ständige Runterspielen von mir als Person, meinem Selbstwertgefühl, meinem Selbstbewusstsein, all diese Sachen waren für mich täglicher Shit, weswegen ich super krass relaten kann mit dem, was Maury gesagt hat, was ihr erfahren ist, weil ich habe mich auch so gefühlt. Ich habe mich auch täglich runtergespielt, ich habe mich von Tag zu Tag wertloser gefühlt, ich habe mich auch gefühlt, als, wer, ich wurde auch manipuliert, diese ganzen Sachen sind mir auch passiert und ich weiß, dass es nicht nur mir passiert ist und ich weiß auch, dass es nicht nur Mauki passiert ist, sondern dass das einfach ein Thing war und ich habe noch mal gesehen bei Mauki, sie hatte was geschrieben wegen Tierquälerei, das ist nochmal ein ganz anderes Thema unabhängig davon, wie es mir ging und was da alles abging. Wir sind jetzt hier auf Twitter und ja, hier wurde nochmal ein Tweet vom 25.05.2023, gerepostet und da ist mir persönlich auch ganz schlecht geworden, ich kann mich sogar noch dran erinnern und hier schreibt Annie Duck über Männer, jeder Mann, der hier in den USA an mir vorbeiläuft, entschuldigt sich einfach und guckt beschämt auf den Boden. Keine Ahnung warum, aber könnte mich dran gewöhnen, dass Männer sich für ihre bloße Existenz entschuldigen. Also sehr gehässig, sehr böse, wir leben hier alle auf dem Planeten, wir können koexistieren, Frauen und Männer, ja manchmal sogar so zusammen, funktioniert hier und da auch sehr gut, ja und das ist doch irgendwie widerlich, oder? Also ich finde die ganz, ganz schwierig und das ist jetzt hier eine Tendenz, wo ich mit dem Popcorn voller Genuss die Tweets durchlese und sage, Mensch, da habe ich irgendwie jetzt die letzten Monate schon drauf gewartet, dass da mal irgendwas passiert und ich habe euch ja gesagt, da sind einige in dieser Bubble der perfekten Livestreamer, die sich nie was zu, ja, ähm, wie soll man sagen, zu Schulden kommen lassen, aber durchaus sehr viel Dreck am Stecken haben und ihr werdet die nächsten Monate, ich nehme mal so eine Prognose, noch den einen oder anderen Namen hören, denn ich glaube, das ist erst der Anfang und ich freue mich riesig, dass diese Bubble dort zerplatzt. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, voller Genuss schaue ich mir das an, weil ich diese Leute zum Teil sehr fragwürdig finde und man ganz genau weiß, dass die hinter den Kulissen ganz viel Scheiße bauen. Ja, das erst mal dazu, morgen, wie gesagt, die kleine Spendenaktion, vielleicht sogar auch ganz große, wie gesagt, Mauki kann sich auch gerne bei mir melden, ich weiß, ich habe sie auch im ersten Video falsch ausgesprochen, ich kannte sie noch nicht, da habe ich Mauki gesagt, es tut mir leid, ähm, Mauki merke ich mir und, ähm, es tut mir leid, ja, also von daher, so viel dazu und das soll es dann für heute hier erst mal gewesen sein.